Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 68 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Hans wäscht seine Hände unter fließendem Wasser. 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 Ich möchte ein Sandwich mit Schinken, Tomaten und Salat. Ich möchte ein Sandwich mit Schinken, Tomaten und Salat. Ich möchte ein Smörgås mit Schinken, Tomaten und Salat. Mia setzt sich nach dem Joggen auf die Bank. Mia setzt sich nach dem Joggen auf die Bank. Mia setzt sich nach dem Joggen auf die Bank. Mia setzt sich nach dem Joggen auf die Bank. Es regnet. Sophia wartet auf den Bus. 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 Irene badet die Gänse in einer alten Badewanne aus Zink. Irene badet die Gänse in einer alten Badewanne aus Zink. Irene badet die Gänse in einer alten Badewanne aus Zink. Alma trägt einen gelben Koffer und gelbe Gummistiefel. Alma trägt einen gelben Koffer und gelbe Gummistiefel. Alma trägt einen gelben Koffer und gelbe Gummistiefel. Alma bär ein gul Reswäske und gula Gummistövlar. Ihre Bestellung ist heute Morgen angekommen. Ihre Bestellung ist heute Morgen angekommen. Ihre Bestellung ist heute Morgen angekommen. Die Bestellung ist heute Morgen angekommen. Ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe. 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 Ich bin immer glücklich, wenn ich Sie sehen. Können Sie meinen Blutdruck messen? 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 Kannst du damit Blutdruck messen? Ich denke, der Regen wird bald aufhören. Ich denke, der Regen wird bald aufhören. Danke für deine Hilfe. Ich habe mir den Termin aufgeschrieben. Danke für deine Hilfe. Ich habe mir den Termin aufgeschrieben. Danke für deine Hilfe. Ich habe mir den Termin aufgeschrieben. Tack för din hjälp. Ja, skrivit ner datumet. Kann ich bitte noch etwas Brot haben? Kann ich bitte noch etwas Brot haben? Kann ich bitte noch etwas Brot haben? Kann jag få lite mehr Bröt? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jemand hat etwas mit Kreide auf den Weg geschrieben. Noggon skrev något mit Kreide auf den Weg geschrieben. Die Papageien sitzen dicht beieinander. Papageien sitzen dicht beieinander. Papageien sitzen dicht beieinander. Kevin geht es gut. Er wartet auf die nächste Mahlzeit. Er wartet auf die nächste Mahlzeit. Er wartet auf die nächste Mahlzeit. Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Ich fahre die Allee hinunter. Lea hat te in der Thermoskanne mitgenommen. Lea hat Tee in der Thermoskanne mitgenommen. Lea hat Tee in der Thermoskanne mitgenommen. Lea hat Tee in der Thermoskanne mitgenommen. Wir spielen Charade. Wir spielen Charade. Wir spielen Charade. Der Arbeiter gibt dem Kranführer ein Zeichen. Der Arbeiter gibt dem Kranführer ein Zeichen. Arbetaren ger Kranföraren ein Zeichen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss denken. Olivia isst Mais. 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 Das Essen ist fast fertig. Das Essen ist fast fertig. Das Essen ist fast fertig. Mältiden är nästan klar. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Och ge oss ett Like. Och ge oss ett Like.